hallo mein name ist rebecca und ich arbeite für das mint pro net team an der pädagogischen hochschule ludwigsburg ich werde sie durch die videos begleiten und freue mich darauf gemeinsam mit ihnen das hier zu lernende wissen zu erarbeiten mein name ist reiner und das ist meine kollegin amila wir sind beide neu an der max mustermann schule neben unserer schule ist ein wunderschöner wald mit einer großen artenvielfalt dort wollen wir gerne hin wir müssen jetzt nur noch unsere kolleginnen davon überzeugen dass es sinn macht auch einmal das schulhaus zu verlassen sie haben recht für eine exkursion sollten sie vorher gut überlegen welche argumente für die arbeit vor ort im wald sprechen und vor allem lernziele festlegen damit sie die planung darauf abstimmen können betrachten wir zuerst ihre schülerinnen sozusagen die zielgruppe in welchem alter sind die schülerinnen in welchem bildungskontext sind sie und gibt es individuen auf die sie speziell achten müssen hat die klasse ein thematisches vorwissen oder eine bestimmte motivation und interessen all diese aspekte sind teil einer so genannten zielgruppen analyse eine solche analyse sollten sie immer durchführen bevor sie inhalte einer exkursion sowie lernziele festlegen diese zielgruppen analyse unterstützt dabei die lernenden gruppe differenziert zu betrachten und weitere planungs entscheidungen darauf aufzubauen es gibt acht merkmale die uns dabei helfen erstens die biologischen merkmale wie alter geschlecht und gesundheitszustand es macht natürlich einen unterschied ob wir mit grundschülerinnen oder schülerinnen der mittelstufe arbeiten zweitens die bildungsbezogenen merkmale die festlegen welche klassenstufe ihre schülerinnen besuchen und auf welcher schule sie sind dazu gehört auch welchen bildungshintergrund die schülerinnen haben dieses merkmal ist wichtig um den lehrstoff und die methoden an das bildungsniveau und die vorkenntnisse der schülerinnen anzupassen drittens die verhaltensbezogenen merkmale hier betrachten sie wie die schülerinnen am besten lernen visuell auditiv oder kinesthetisch außerdem ist wichtig welche medien und plattformen sie nutzen und welche produkte oder dienstleistungen für sie interessant sind diese merkmale sind entscheidend um die lernmethoden und materialien so zu gestalten dass sie den individuellen lernpräferenzen der schülerinnen entsprechen viertens die soziologischen merkmale dazu gehören der familienhintergrund das verhältnis der schülerinnen untereinander und ihr soziales engagement dadurch kann man besser die dynamik innerhalb der gruppe verstehen und so ein unterstützendes lernumfeld schaffen fünftens die kulturellen merkmale dabei sollten sie sich mit zwei verschiedenen themen auseinandersetzen der erste aspekt ist welche kulturellen hintergründe schülerinnen mitbringen und ob sich dadurch unterschiedliche sichtweisen auf außerschulische lernorte ergeben während beispielsweise für viele schüler innen aus einem soziokulturell begünstigten milieu mitteleuropäischer prägung ein wald als naherholungs und entspannungsort gilt kann er für menschen mit fluchthintergrund bedrohlich und angsteinflößend sein bedenken sie das unbedingt bei ihrer planung der zweite aspekt bei den kulturellen merkmalen bezieht sich auf die bisherige kulturelle teilhabe ihrer schülerinnen sie überlegen dafür wie bereit die schülerinnen sind sich mit außerschulischen angeboten zu beschäftigen insbesondere auch mit kulturellen angeboten in ihrer freizeit dabei ist zu beachten dass es durchaus schülerinnen gibt die mit ihren eltern regelmäßig in den wald gehen in museen oder andere angebote informeller bildung nutzen dass es aber auch kinder gibt die diese erfahrung im schulkontext zum ersten mal machen auf diese weise finden sie eine passende kulturelle und außerschulische aktivität sechstens die geografischen merkmale wo leben ihre schülerinnen und wo befindet sich der zu erschließende ort dabei ist auch zu bedenken ob schülerinnen sich beispielsweise regelmäßig in der natur aufhalten oder dass schulen die in großstädten liegen normalerweise wenig kontakt zu natur haben diese logistischen überlegungen müssen bei der konzeption einer exkursion bedacht werden siebtens die finanziellen merkmale sie müssen berücksichtigen wie es mit den kosten für anreise und eventuell aufkommende eintritte aussieht und ob das für schülerinnen zu stemmen ist ohne finanziell überfordert zu werden beachten sie auch dass man eine förderung je nach bundesland beantragen kann sofern die voraussetzungen erfüllt sind und schließlich gibt es noch die technografischen merkmale welche digitalen geräte und technologien verwenden die schülerinnen wie oft und wofür nutzen sie das internet sind sie mit solchen geräten insofern vertraut dass sie damit arbeiten können an einem ort oder würde der fokus dann ausschließlich auf dem gerät liegen diese merkmale sind wichtig um digitale lernwerkzeuge effektiv zu integrieren und sicherzustellen dass alle schülerinnen mit der technologie zurecht kommen mit diesen merkmalen können sie sich rasch ein bild von ihrer zielgruppe machen vielen dank ich habe mir deine ganzen informationen in einer checkliste zusammengefasst die können sie sich unter diesem video herunterladen nachdem wir jetzt genau wissen mit wem wir unterwegs sein werden können wir uns ja noch mal über die lernziele austauschen ich möchte gerne die botanische vielfalt des waldes mit den kindern anschauen und ihnen ein gefühl dafür vermitteln ich hatte eigentlich eher geplant die nachhaltigkeitsaspekte des waldes herauszuarbeiten und die kinder für den schutz des waldes zu sensibilisieren selbst wenn kolleg innen das gleiche örtliche ziel und eine ähnliche lerngruppe haben können sich die inhaltlichen ziele stark unterscheiden deshalb und damit sie bei der planung ihrer exkursion den fokus nicht verlieren sollten sie klare lernziele vorab ausformulieren lernziele lassen sich zunächst in zwei kategorien unterteilen in inhaltliche ziele die vorrangig dem wissenserwerb dienen und in nicht inhaltliche ziele die auch als prozessbezogene ziele bezeichnet werden die der erweiterung der methoden kompetenz der sozialkompetenz und der digitalitätsbezogenen kompetenz dienen zur methoden kompetenz gehören alle fähigkeiten und fertigkeiten die mit dem finden und verstehen von informationen dem erkennen und lösen von problemen sowie mit der nutzung fachspezifischer methoden zu tun haben zur sozialkompetenz gehört zum beispiel ein verantwortungsgefühl das sich entwickeln kann und zur digitalitätsbezogenen kompetenz ein sicherer umgang mit technologien beide arten von lernzielen können auf einer exkursion angestrebt werden wobei für die nicht inhaltlichen lernziele meist im vorfeld ein schwerpunkt festgelegt wird achten sie bitte darauf dass alle lernziele spezifisch und klar formuliert sind dass der lernerfolg messbar ist und dass die lernziele relevant und realistisch erreichbar sind verwenden sie am besten operatoren zudem sollten sie regelmäßig überprüfen ob ihre geplante exkursion mit den definierten lernzielen an ihre zielgruppe angepasst ist das ist ein prozess der immer wieder überprüft werden muss habt ihr merkmale von lernzielen wieder unten zum download bereitgestellt jetzt sind sie dran notieren sie im forum ihre zielgruppe für die sie eine exkursion planen möchten und formulieren sie zum gewählten standort passende lernziele tauschen sie sich auch gerne mit anderen mitgliedern des forums über ihre ideen aus